Weil der letzte Part ist extrem schwierig, meines Erachtens nach. Und einfach so hier den Typen da nach oben verfrachten ist auch nicht so einfach. Vor allem hier, wenn es leckt. Nice. Oh! Oh! Nein! Lesa! Ooooooh! Let's come here, yeah. Nice. 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 da hat er das kann ein Alter, wie weit? Kann noch nicht angehen hier. Ey, das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Der Ene backt ja jetzt so da fest an den Stellen. Das ist ja schon mal super. Was ist das für eine Scheiße hier? Alter, ich will hier nicht noch sterben. Ich habe jetzt den Typen jetzt schon mal ganz oben wenigstens. Oh, nice Leben. Komm schon. Oh, such. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, sorry, wenn ich hier gerade nicht so viel rede, aber das ist schon echt hart an der Grenze hier gewesen. Oh, Mann. Oh, holy moly. So, jetzt würde ich gerne noch... ...wenn es möglich wäre... Nur wenn es möglich wäre, würde ich die gerne die Kiste noch öffnen wollen. Oh, nee. Oh, nee. Komm schon. Gut, der ist weg. Der ist auch weg. Jetzt mach ich dich noch kalt, Junge. Oh, nice. Los, her mit der Magie. Boah, ey, das hat ja ihn jetzt hier richtig getrillert, ey. Sorry. Boah. Kann sein, dass es natürlich jetzt wieder länger gegangen ist, die Folge. Aber hey, was soll man mal machen? Deswegen, ich habe im ersten Teil so ungern den Tempel der Pandora gespielt. Oh. Ich wusste nämlich noch, dass das richtig assi war. Boah. So. Poseidons Treizack. Sie haben Poseidons Treizack erhalten. Damit können sie die Tiefen des Reiches des Gottes Poseidon erforschen. Treizack lässt seinen Träger unter Wasser unbegrenzt atmen. Das heißt, ich könnte jetzt da runter. Gut. Da muss ich jetzt erstmal speichern auf den ganzen Quatsch hier. Hey, wie gesagt, an sich, God of War, schönes Spiel, aber ich hasse solche Passagen in jedem Spiel. Geht mir nur einfach übelste Sorte gegen den Strich. Tauchen. Okay. Mal erstmal gucken hier. Ich glaube, irgendwo was ist. Da war eine Leiter. Da drüben ist auch noch einer. Ah, da gibt es noch eine Kiste. Und da geht es runter. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es da auch noch eine Kiste. Ich bin mal gespannt, aber was da drin ist. So. Öffnen wir mal mal das bisschen Leben hier. Ich denke mal, dass hier ein Gorgonenauge oder irgendwas drin sein wird. Nee, eine Feder. Neh, nehm ich auch. Ich glaube, Gorgonen brauche ich gar nicht mehr. Da war ich ja voll gewesen, ne? Kann sein. Ich kann eigentlich nicht viel passieren. Zu springen. Oh, wow. Äh, Kratos nach oben. Nicht nach unten. Immer nach oben. Oh, shit. Oh, nee. Oh, nee. Hässlichen Mistkrücken hier wieder. Immer schön drauflatschen. Komm schon. Ja, komm. Oh, Leute. Der ist ausgewichen. Beziehungsweise wurde gar nicht animiert, dass der getroffen wurde. Wurde. Haben wir alle. Wir haben alle. Vor allem, ich finde die Wasserminimation ganz nice gemacht. Das war damals Glui auch schon so, ne? Das war das Beste mit dem Spiel überhaupt. Oh. Ah ja, jetzt muss ich wieder zurück. Ah ja, gut. Ah, wie so ein Trompeter. Weil es auch wirklich so, wenn gerade so irgendwo einbricht, gibt es eine Bombe. Oh, nee. Oh, nee. Komm schon. Mann. Nice. Da bin ich dem Angriff ausgewichen. Oh, ich hab doch einen Block. Alter, diese Harpien. Zum Glück ist das bloß ein und nicht wieder letztens hier an die übelsten Mengen. Das war ja richtig. Äh. Nice. Ab rein da. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber irgendwo werde ich schon sein. Dann weiß ich auch nicht mal, ob ich richtig bin. Tja, Magie oder? Äh, ich nehm Leben. Leben ist immer ein bisschen wichtiger wie die Magie, finde ich. Außer natürlich, Alter. Sorry dafür, aber wie gesagt, äh, bei diesen... PlayStation Now kann ich leider nichts dafür... Wenn es leider zurückkommt, äh, kann ich das auch nicht ändern. Was ist das? Eine Nylade. Kindes Beseitern. Viele ertranken beim Versuch sie zum Armen. Oh, es geht immer noch um. Nochmal. Kratos, gehen wir hoch. Aha. Äh. Da. Irgendwas ist, glaube ich, gerade zugefallen. Wie soll ich denn die erfreuen? Aha. Oh. Das gab eine Feder. Moment. Moment, da sollte ich doch vielleicht mal... Na, Träumea verdient Wasserspaß. Rrrr. Da sollte ich doch vielleicht mal hier oben mit der auch das machen. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Aber ich habe es einfach mal gemacht. Wollen wir das unter Wasser? Das hört sich ein bisschen komisch an. Na gut. Eigentlich, wenn man sich draußen bewegt und es trifft... Ja, irgendwelche Geräusche auf Wasser. Du wirst... Oh Gott. Unterhalb. Dann. Du wirst, 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 du Ich würde gerne mal nicht hier in so einem engen Gang kämpfen wollen. Danke. Den wollte ich doch gar nicht. Ja, genau. Der greift sich mich erstmal. Ich sehe gerade, ich habe 14 Balken vom roten Blut. Das sollte ich vielleicht mal gucken. Dass ich was update. Okay. Nice. Eine über jetzt sammelt. Jetzt habe ich sogar 15 Balken. Wir schauen mal kurz. Wir haben 4500. Wir kriegen sogar noch was dazu. Aber eine Magie ist das. 9000. Ich würde ja ganz gerne das hier nochmal updaten wollen. Weil die Klinge der Atem ist, nutzen wir ja nicht ganz so oft. Jetzt müssen wir euch das hier mal updaten. Das dauert lange. größere Schadenswelt und mehr Kraft finde ich natürlich klasse. Ist sogar auf max. Sehr schön. Wir werden mal hier jetzt Magie nehmen. Wir haben ja so schon nicht viel. Oh, nice. Alter, da kommt kommt das Spiel gar nicht mehr richtig mit. Nice. Da haben wir den zweiten Musen-Schlüssel. Gut. Das hätten wir. Jetzt müssen wir bloß noch schauen. Wir kommen hier zurück. Weil irgendwie muss es ja zurückgehen. Kann man nicht vorstellen, dass ich den ganzen Weg zurück jetzt laufen muss. Weil es war ja schon, sag ich mal, ein enormes... Ah. Es war ja schon enorm gewesen, dass man da laufen musste. Aber ich glaube, hier könnte es möglicherweise sein. Oh, shit. dass wir zurückkommen. Alter. What? Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Noch kein Mathematiker. Nein, komm durch. Hoch. Hoch. Oh, yeah. Ah, hier ist schon wieder. Ach, stimmt. Ihr wart ja das. Genau. Alter. Kommt doch. Kommt doch. What? Was ist denn, warum haben die denn das? Oh, mein Gott. Ist das ein Schadensfeld. Leckt mich fett. Aber so macht es auch Spaß. Nice. Das läuft, ey. Wie ein Länderspiel hier. Und da hinten haben wir noch nochmal eine Kiste, wo wir ein bisschen Magie auffüllen können. Das hier ist ein bisschen. Das wird ja komplett aufgefüllt. Nice. Oh, da haben wir sogar noch Leben. Komm mal ran hier. Sehr schön. Und jetzt aufwärts oder abwärts. Was auch immer. Aha. Jetzt sagst du mir, ich soll den Eingang suchen. Ja, geh, geh. Aha. Sehr witzig. Witzig. Die sind gut. 100 Pro muss ich jetzt nochmal in die andere Richtung reinballern hier. Ja. Das ist aber knapp, ey. Ja, ist bloß die Frage, wo muss ich jetzt hier hin? Ich habe zwar was wegen unter Wasser gesehen, aber puh. Ah, hier lang. Nice. Speicherpunkt. So, wir speichern hier. Ich würde sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Wir haben halbwegs viel geschafft mit einigen kleinen Ausrasten von meiner Seite, wo ich ziemlich ungehalten war. Gut, dann würde ich sagen, die Folgen sind ein bisschen länger wahrscheinlich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier unter Wasser bei God of War wieder. Ich wünsche euch bis dann noch viel Spaß. Heute rein. Ciao.